Wenn die Welt ständig kleiner und trotzdem immer komplexer wird, wenn Risiken genauso schnell wachsen wie Chancen, bieten wir Sicherheit in allen Bereichen. Ob präventiv wachend oder aktiv schützend, wir sind immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. In über 80 Jahren haben wir gelernt, wie wichtig es ist, sich mit Innovationskraft und Dynamik weiterzuentwickeln und so Sicherheitslösungen anzubieten, die den stetig wachsenden Herausforderungen aller Branchen gerecht werden. Doch der Kern unserer Stärke ist, dass wir bis heute ein familiengeführtes Unternehmen sind, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht. Dank Mitarbeitern, die immer in der Nähe unserer Kunden sind und sich mit vollem Einsatz um sie kümmern. Kötter Security. Wir sind für Sie da.